Heute möchte ich noch einmal zeigen, wie einfach es ist, einen Blog aufzusetzen. Mit 1&1, mit Click & Bid. Ich habe nur gedanklich etwas vorbereitet. Ich möchte einen Blog erzeugen, German Money, oder wie Sie Ihr Geld zuverlässig verdichten, ja, ein provokatives Blog. Ich möchte es einrichten auf einer Subdomain, geldfragen.sc-h.de. Und das Ganze ohne jegliche Vorbereitung. Zunächst, ich gehe also ganz einfach in mein 1&1 Control Center und werde beginnen, dieses Blog einzurichten. Ich logge mich also in das Control Center ein. Ich habe natürlich hier in meinem Firefox, in den Lesezeichen, das Login für das Control Center hinterlegt. Gebe meine Kundennummer bzw. mein Alias ein und mein Passwort und logge mich in das Control Center ein. Indem ich mich in das Control Center einlogge, stehen mir dann in dieser Arbeitsoberfläche sämtliche Features meines 1&1 Hosting Paketes zur Verfügung. Ich habe ein Hosting Paket, das mir die Installation an der WordPress Seite gestattet und das nicht nur gestattet, sondern unterstützt. Unterstützt mit einer Softwarelösung Click & Bid. Ich finde diese Softwarelösung in meinem 1&1 Control Center unter Homepage Anwendungen. Ich scrolle zu diesem Punkt Homepage Anwendungen, den ich im Moment nicht sofort finde. Deswegen gehe ich auf Start und klappe ganz einfach dieses Menü einmal auf und habe hier meinen Punkt Homepage Anwendungen. In Homepage Anwendungen finde ich das App Center 1&1 App Center. Klicke dieses 1&1 App Center an, bin auf Click & Bid. Das ist die Lösung, die ich hier benutzen möchte. Also Click & Bid starten. Wenn ich Click & Bid gestartet habe, dann fragt mich Click & Bid, was ich denn nun eigentlich tun will. Es schlägt mir hier sofort WordPress vor. Ja, und das will ich ja auch tun. Also starte ich die WordPress Installation. Ich hatte bereits in einem anderen Video erwähnt, dass wir unbedingt hier den Free Mode wählen müssen. Also im Free Mode installieren, nicht im Safe Mode. Also im Free Mode installieren. Und schon bin ich auf der Seite. Kann mir hier die Nutzungsbedingungen durchlesen oder auch nicht. Und klicke hier einfach, ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen und klicke auf Fortsetzen. Ich werde nun auf die Installationsunterfläche weitergeleitet. Wie will ich meinen Blog nennen? Mein Blog soll heißen German Money. Ich schreibe einfach als Blog-Name German Money. Das ist mein Blog-Name German Money. Ich möchte dieses Blog auf einer neuen Sub-Domain installieren. Diese neue Sub-Domain soll heißen Geldfragen. Geldfragen und soll installiert werden auf meiner Domain sc-h.de. Okay, die Angaben habe ich gemacht. Nun muss ich einen Benutzernamen angeben. Ich gebe als Benutzernamen hier German Money ADM und notiere mir diesen Benutzernamen. Denn diesen Benutzernamen brauche ich später. German Money ADM. Genauso brauche ich später ein Passwort. Ich werde hier ein Passwort vergeben und zwar ein sicheres Passwort. Bestehend aus Großbuchstaben, aus Kleinbuchstaben, aus Ziffern und aus Sonderzeichen. Dann dieses Passwort noch einmal wiederholen. Das ist zur Sicherheit notwendig. Ja, und wenn das funktioniert hat, dann muss ich noch eine E-Mail Adresse eingeben. Ich gebe meine Info at itos.com hier ein, minus com.de. Das soll meine Kommunikationsadresse sein. Und als Blogtitel möchte ich den Blogtitel verwenden. German Money. Das soll der Blogtitel sein. Diesen Blogtitel kann ich später durchaus noch verändern. Ich setze hier noch ein Lehrzeichen rein. German Money. Okay. Und klicke einfach auf Fortsetzen. Nun werde ich gefragt, auf welcher Datenbank dieses Blog installiert werden soll. Ich erzeuge hier eine neue Datenbank. Eine neue Datenbank. Gebe den Namen dieser Datenbank ein und beschreibe diese Datenbank einfach mit German. Money. Ich nenne das genauso. Und ich vergebe ein Passwort. Wieder ein Passwort. Ein sicheres Passwort für die Datenbank. Das ist wichtig. Lassen Sie sich hier für das Passwort ruhig etwas komplexeres einfallen. Notieren Sie sich aber das Passwort unbedingt. Denn Sie benötigen es für die spätere Administration. Da ich auf dieser Datenbank eventuell noch weitere Blogs zu Geldfragen installieren möchte, vergebe ich hier einfach ein Präfix. Und das Präfix soll ganz einfach Man heißen. Man für Money. Und ja, diese Informationen habe ich nun hier eingelegt. Und ich klicke auf Fortsetzen. Wir bekommen nun einen Hinweis auf das Installationsverzeichnis standardmäßig in Click & Builds WordPress German Money. Und in diesem Verzeichnis möchte ich das auch belassen. Ich könnte ein anderes Verzeichnis wählen. Ich belasse es bei dieser Einstellung und setze einfach die Installation fort. Wir bekommen nun eine Zusammenfassung angezeigt für die Installation. Also ich nochmals. Es wird also WordPress installiert in der Version 3.7.1. Free Mode. Die Sub-Domain lautet geldfragen.sc-h.de Die neue Sub-Domain, dieser Hinweis erscheint ja, steht ca. 30 Minuten nach Abschluss der Installation zur Verfügung. Die Datenbank heißt German Money. Die neue Datenbank steht ca. 10 Minuten nach dem Abschluss der Installation zur Verfügung. Das Verzeichnis ist Click & Builds WordPress German Money. Ich bin einverstanden damit. Ich klicke auf Installieren. Damit wird die Datenbank-Installation angestoßen. Das Browserfenster sollte während dieser Zeit, dieser Hinweis erscheint hier, nicht geschlossen werden. Okay, geben wir dem Hoster, dem Provider, hier etwas Zeit, die Installation vorzunehmen. Ich verlasse so lange einmal das Video und melde mich wieder, wenn die Installation abgeschlossen ist. Hier also nochmals die Zusammenfassung. Wir sehen hier, welch Click & Build Datenbanken bereits installiert sind. Die Installation, die ich gerade angestoßen habe, wird ausgeführt. Dieser Hinweis erscheint hier. Es erscheint auch weiterhin der Hinweis, dass ein Block Blogging School installiert wurde. Und die Daten werden hier angezeigt. Es erscheint der Hinweis, dass ein Block Toolbox 24 installiert wurde. Auch dieser Hinweis ist hier zu sehen. Verlassen wir also nun zunächst einmal an dieser Stelle, machen wir eine kleine Pause und ich melde mich wieder, wenn die Installation abgeschlossen ist und setze das Video an der Stelle fort. Okay. Nun habe ich eine E-Mail erhalten. Eine E-Mail, die mir mitteilt, dass die Installation meines Blogs abgeschlossen wurde. Auf dem von mir angegebenen E-Mail-Account erreicht mich die Mitteilung. Ihre ausgewählte Click & Build Anwendung ist nun eingerichtet. Sobald Ihre Subdomain fertig eingerichtet und im Internet erreichbar ist, steht Ihnen Ihre Anwendung unter http-geldfragen-sc-hde zur Verfügung. Die Daten werden hier noch einmal aufgeführt. Es wird angezeigt, dass das WordPress-Blog auf German Money eingerichtet wurde. Und okay. Klicken wir doch einfach einmal diese URL an und schauen, ob die Seite bereits erreichbar ist. Ich gehe auf die Seite und stelle fest, okay, meine Seite German Money ist erreichbar. Nun habe ich mir hoffentlich meine Administrator-Daten notiert. Durch slash wp-admin logge ich mich in das Dashboard meines WordPress-Blogs ein. Nun werde ich nach dem Benutzernamen gefragt und nach dem Passwort. Mein Benutzername, ich habe ihn mir notiert, okay, war also German Money ADM. German Money ADM. Nicht so neulich einfallsreich vielleicht, aber ja. Und ich gebe mein Passwort ein. Da habe ich mir ja etwas mehr Mühe gegeben. Und ich hoffe, dass ich mich nun nicht vertippe und melde mich auf meinem Blog an. Auf meiner WordPress-Oberfläche, in meinem Dashboard. In meinem Dashboard werden wir alle Einstellungen unseres WordPress-Blogs vornehmen. Hier in diesem Video will ich zunächst noch nicht auf diese Details eingehen. Dazu erfolgt ein weiteres Video, wird ein weiteres Video bereitgestellt. Ich klicke auf WordPress individualisieren einmal und hier kann ich zunächst einmal den Seitentitel, ich hatte darauf hingewiesen, den Seitentitel kann ich verändern. Ich lasse ihn aber zunächst mal German Money. Ich werde aber hier einen provokativen Untertitel verwenden und schreibe oder Punkt, 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 wie Sie Ihr Geld zuverlässig vernichten. Ich will ein sehr provokatives Blog schreiben. Mehr Veränderungen möchte ich auf diesem Blog zunächst nicht vornehmen. Ich sage Speichern und Publizieren. Weitere Einstellungen werde ich auf meinem Blog vornehmen, das aber in einem weiteren Video erläutern. So werde ich dieses Bild verändern. Zunächst aber hier ein Theme auswählen. Ein passendes Theme auswählen. Dann mein Bild verändern. Hierzu sollte man also ein Bild vorbereitet haben, möglichst in dem Format, das das Theme verlangt. Ich habe ein Bild entworfen. Ich will ja hier sehr provokativ sein aus diesem Grund. Ja, ein Bild entworfen mit GIMP entworfen. Und will das nur noch kurz zum Abschluss zeigen. Also in GIMP ein Bild entworfen. German Money oder wie Sie Ihr Geld zuverlässig vernichten. So wird dieses kleine Bild aussehen, das in diesen Kopf mit eingebunden werden wird. GIMP bietet hervorragende Möglichkeiten zur Gestaltung von Bildern. Und dazu habe ich ja ebenfalls Tutorials bereitgestellt. Mit Tutorials, mit den wichtigsten Hinweisen, wie man in einfacher Weise GIMP einrichtet. So dass man in der Lage ist, ansprechende Bilder mit GIMP zu erzeugen. Das nur ganz nebenbei. Es gehört dazu, dass man auf einem Blog mit den Bildern arbeitet, mit Videos arbeitet, mit Audios arbeitet. Das belebt unser Blog. Und ja, das werden wir tun. Beobachten Sie also ganz einfach die Entwicklung dieses Blogs. Und es wird einige Tutorials geben, die sich mit dem Blogging beschäftigen. Die sich mit der Gestaltung eines WordPress-Blogs beschäftigen. Diese Tutorials werden bereitgestellt auf allen Videoplattformen, auf meinen Kanälen, in YouTube, in TalkFusion, in der Video Royale und auf Vimeo. Schauen Sie einfach wieder vorbei. Ich danke erst einmal für die Aufmerksamkeit heute und würde mich freuen, wenn wir uns hier wieder auf einem Video sehen. Bis zum nächsten Video. Ihr Harold Schulz Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.